hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich auf die jagen und heute habe ich das spiel crush them all ich werde spiele starten voll bitte machen und eine minute warten denn das spiel muss erst mal klar werden und da sind wir auch schon ja vor vier minuten war ich online weil ich das schon mal runtergeladen habe genau ok jetzt sind wir hier und meine leute hängen fest in den level 14 ok jetzt muss ich erst mal überlegen hellsinn wie viel geld habe ich denn ich bin doch jetzt millionär oder 12 millionen habe ich das ist nice ich bin doch nicht so gut 3 menschlich das spiel ein Dorf macht Geld hier oben kämpfe noch mal weiter ich muss doch unendlich kommen immer noch nicht unendlich unendlich endlich unendlich oh, warte jetzt nicht okay, Artefakte, habe ich da was? da steht ein Ausrufezeichen ok, da Kreuzung hm shop shop für 20 Minuten geht das wenn ich die zweimal nehme wo ist die Zeit? da ist die Zeit 19 wirst du noch mal nehmen heftig dahinten dran oder? überspielt das ah, macht den dran, perfekt kaufen ich habe null solche Dinger da ist eine Truhe ah keine Belohnung und diese die darf ich nehmen gut Siegeulen sind Werbungen kommt wo die 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 der die Und da habe ich auch eine Auflängerschwindigkeit für 4 Stunden, und das ist gut, weil ich daher fertig bin mit dem Video, mache ich das einmal, dann macht er für 4 Stunden, 4 Stunden und 24 Minuten, etwas schneller. Ich gehe so beidrehen. Oh, ich bin hier der zweitstärkste. Hier ist ein Ereignis. Lass mich kurz hier ausgehen. Okay, normalerweise kommt es in den Weg. Okay. 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 Ah, die muss ich suchen, für die komischen Bälle, Eier, was auch immer. Okay, fangen wir nochmal so zu sagen von euch an, das hier ist mein Team, wenn man auf Felden geht, sieht man, welches Level die haben, sind bei mir jetzt alle auf Level 100, hier haben wir ein Geschenk, da muss man sich eine Werbung anschauen. Hier oben sind die Angebote drin, die kann man sich einmal angucken, okay, was ist hier, ein Glücksrad, wie oft kann ich denn drehen? Ah, das sind die Münzen, also ich kann nicht mitreden. Gut. Was ist da oben noch? Post. Abholen. Hirsch. 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 Geschenke. Abholen. Viele Geschenke. Gut. Das läuft noch 33 Minuten. Aufstieg. Oh. Ich komme noch bis dahin. Vorst du Dorf? Ah, Sammelt. 178. Hm. Die Tronen kann ich alle öffnen. Meine Sammlung. Okay, das war bei Helden. Jetzt geht bei Helden drauf. Kann man das Team verwalten, wer, welche Leute für dich kämpfen soll. Am besten natürlich um die stärksten. Und am besten ist, wenn du so zwei Nahkämpfer hast. Und Rest egal. Ne. Da komme ich nicht weiter. Ähm. Ich könnte jetzt meine Leute noch weiter aufrüsten. Aber hier leuchtet die Sammlung einmal kurz auf. Oh, was? Da ist das. Oh, was? Da ist das. So, da fängt mit den Ausrufzeichen. Irgendwas kann ich hier machen. Ah, hier. Wenn ich 150 Fs habe, dann könnte ich, also, eine weitere Person noch dazu holen. Aber, habe ich nicht. Will ich nicht. Was ich bei denen das ausbilden möchte, ist, wie konnte man bei denen nochmal aufleveln. Weil er leuchtet hier. Deswegen denke ich, dass ich den aufleveln kann. Aufwerten. Ähm. In's Lager setze. Und nochmal ins Lager legen. Da ist er. Ah, jetzt kann ich den hier ein Prisma Level gehen. Die sind alle auf Level 60. Ah, nicht 60. 100. Okay. Da geht's auch. Aber irgendwas kann ich mit denen noch machen. Ah, was? Was kann ich mit denen machen? Leider Pfeil ist immer noch da. Leider Pfeil ist immer noch da. Was ist nichts zu tun. Ach, meinst. Ach, meinst. The lock. Das war's für heute. Sofía 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 Immer noch da der Pfeil. Was muss ich machen? Okay, wir machen was anderes. Wir fangen hier nochmal von neu an. Wir benutzen den Aufstieg. Möchtest du aufsteigen? Jawohl. Zack. Okay. Und wir sind aufgestiegen. Jetzt ist er wieder ganz allein. Ne, der ist schon nicht ganz allein. Aber wir sind in Level 31. Dorf ist wieder ganz unten. Okay. Hast du euch das Geld mitgenommen? Ich benutze einfach alles. Okay. Hier. Sammeln. Was hab ich hier, shit. Was hab ich hier, shit. Hab ich schon mal benutzt. Was, Kampf geht noch nicht. Gegen Krieg kann ich ordentlich machen, da fehlen zwei Leute für. Gut, gut, gut. So, es geht weiter. Meine Helm sind alle Level 1. Was? Hm, das muss ich, glaub ich, ändern. Oh, ich darf jetzt mal Glücksrad spielen. Eine Münze hab ich. Oh, nur eine Kiste. Genau. Eine Sammlung. Oh, verbessern. 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 Das habe ich mir Kiste. Oh. 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 Warte mal ein bisschen. Ach. Das war schon mal ein elfter Aufstieg. Ich hab schon elf Mal von neu angefangen. Der Pfeil ist immer noch da. Was soll ich denn machen mit dem Pfeil? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. So, ein Mist. Mist. Reine Truhe ist mit Werbung. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Was? Was ist das? Oh, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ein kleiner Drache. Hochschutzstufe 100 Hochschutzstufe 100 Hm. Hochschutzstufe So, I missed Some moves See Na gut Ich würd mal sagen, das war's für heute Wer das spielen möchte Kann uns nicht einmal gerne angucken Obwohl, wenn ich das so sage, hört sich das an wie eine Werbung Für wen? Für mich? Ähhhhh Gut. Dann würd ich mal sagen, das war's für heute Die kämpfen jetzt sowieso so viel weiter Nochmal mein Geld hier Und den hier reinstecken 80 72 72 63 Ich füge die noch auf Ich füge meine Leute noch auf Level 100 Den nicht Ich Ich kann jetzt abschalten Deren finden sie nochmal oder auch mal zwei lassen was ist das aufgaben sammeln ah dailies gibt es ja hier auch hätte ich das vorher gewusst naja jetzt spiele ich ja schon 25 minuten go 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 ich möchte noch hier entziehen da war es so 60 minuten ja ja Eieieieie So, der ist jetzt auch Ich hab's gefunden Nee Hier unten rechts in der Ecke Na Zum Ende hab ich's doch noch gefunden 35 Das ist Drei 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 Ich müsste eigentlich aufschauen. Aber ich wollte die noch auf Level 100 machen. Los Luca. Egal, ich höre jetzt auf. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.